Neue Flavortests und wir testen heute den Blackberry Black Tea von Holi. Moho Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Gaming Booster Test Channel. Heute haben wir mal wieder ein Eistee. Es wird, glaube ich, an der Zeit. Wir haben sehr, sehr viele Energies getestet, klar. Die Energies kamen jetzt raus, zuletzt eben auch den Blood Orange Bed. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut einfach mal in die Playlists rein. Und da gibt es eben drei Kategorien. Es gibt den Holi Energy, es gibt Holi Eistee und es gibt Holi Hydration. Das habe ich fein säuberlich sortiert. Und da wird immer wieder schön durchgemixt, was wir testen. Und heute testen wir einen Eistee, der schon richtig, richtig lange mit dem Sortiment ist. Ihr erinnert euch vielleicht, für alle, die schon sehr, sehr lange im Holi Fever sind. Übrigens, damals wurde von Holi eine neue Produktlinie angeteasert. Und die erste, die damals rauskam, die erste neue Sorte, das war das Acai Hibiscus-Tee. Und dann kam, glaube ich, jeden Monat kam, glaube ich, auch wieder eine neue Eistee-Sorte. Drei Stück an der Zahl. Und der hier, der Blackberry Black Tea, der war die Sorte Nummer zwei. Die kam am 20. September damals raus. Es ist halt auch schon zwei Jahre her. Und das ist so, so, so krass einfach. Ich weiß noch, wir haben damals diese neue Produktlinie so derbe gefeiert. Einfach sehr, sehr geil. Und als drittes kam dann der Apple Green Tea. Und seitdem her, ihr wisst es selber, es gab viele, viele Eisteesoren. Es gab eine Eistee-Sorte, die hier noch gar nicht getestet wurde. Die ich, glaube ich, auch nie testen werde. Das war während der Blackweed, der Double Apple Shisha. Wenn der natürlich wieder mal zurückkehren sollte in irgendeiner Form, dann wird es den Test natürlich geben. Aber ansonsten sehe ich davon ab, weil damals, und das kann sehr nicht sein damals, ich habe da einmal draus getrunken. Ich habe einen Schluck probiert und es war nicht meins. Durch den Anis-Geschmack, es sollte ja wie Double Apple Shisha schmecken, aber durch diesen Anis-Geschmack, das war so überhaupt nicht meins. Und dann habe ich gedacht, okay, nö, das können wir nicht, das brauchen wir nicht, das müssen wir nicht. Und jetzt wollen wir gucken, wie der Blackberry Black Tea schmeckt. Wie gesagt, Blackberry mit Black Tea Basis. Das heißt also, wir haben hier eine schöne Brombeere. Und Brombeeren, die sind ja auch von den Rosengewächsen, wie auch die Himbeere. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ist eigentlich eine sehr, sehr gesunde Frucht. Da sind nur 44 Kalorien auf 100 Gramm Brombeeren. Und sie sind sehr, sehr zuckerarm, also haben sehr, sehr wenig Zucker, aber sind reich an Ballaststoffen. Also sehr, sehr gesund, unterstützen die Darmflora und, 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 Immunsystem. Von dem her, mit der Brombeere könnte nichts falsch machen. Und meine Tochter liebt Brombeeren, die liebt Brombeeren, die liebt Himbeeren. Also das ist der Wahnsinn. Wir haben einen Himbeerstrauch und der ist immer gefragt. Und jetzt gibt es halt keine Himbeeren mehr. Also jetzt heißt es warten, bis nächstes Jahr, bis der Himbeerstrauch wieder entsprechend Früchte trägt und das Meiler dann auch wieder trinken kann, genau, trinken kann, essen kann. Ich bin schon im Sauliefieber. Ja, wie dem auch sei. Natürlich, Eistee gemäß, haben wir hier das Scharbreitmossa. Dieses Mal in schwarz, ja, türkisgrünlich gehalten. Eine sehr, sehr geile Mischung. Warum türkis? Weil die Brombeere grüne, türkise Schuhe trägt. Und ich finde die Farbkombi auch wieder sehr geil mit diesem Lila, mit diesem Blass Purple, passend zur Brombeere. Und mit den grünen Schuhen hat man das wieder sehr toll hingekriegt mit dem gelben Kreis, dass sich das alles auch so ein bisschen abhebt. Perfekter Shaker, auch Eistee-mäßig, wieder beidseitig bedruckt. Hier haben wir einmal den Holy-Schriftzug in lila gehalten. Hier haben wir dann die Brombeere. Einziges Manko wieder. Die Schuhe sind durchsichtig, der Handschuh ist durchsichtig und auch die Augen und der Mund ist durchsichtig. Da hätte man mit Rot oder Weiß arbeiten können, gerade mit der Zunge. Wobei hier die Zähne zumindest, also so wie die Brombeere auch hier abgebildet ist, hätte ich mir das gewünscht. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hier hat man es einfach freigelassen. Und dann ist es so. Was sehr, sehr geil ist bei den Einerproben, äh, bei den Zehnerproben, hier ist die Brombeere normal drauf. Und jetzt schaue ich mal hinten drauf. Da macht die Brombeere Krafttraining. Und, äh, ja, die Sportarten, die kennen wir ja von einer anderen Produktlinie noch, nämlich von der Hydration-Reihe. Und das finde ich ganz, ganz geil. Da müsst ihr mal drauf achten. Auf die, auf die Zehnerproben, weil die ist tatsächlich nur auf der Zehnerprobe drauf. Hier ist es nicht mit drauf in der, in der Tube. Aber auf den Zehnerproben, achtet mal bei den Eisteesorten drauf, was da hinten drauf ist. Oder generell, schaut einfach mal drauf. Das ist sehr, sehr interessant. Design ist okay. Design ist gut. So wie man es von Rauli kennt. Und jetzt wollen wir mal gucken. Der Blackberry Black Tea. Ich habe ihn jetzt schon auch einige Zeit nicht mehr getrunken. Generell, Eistee ist bei mir so ein bisschen in den Versatz geraten. Also ich trinke sehr, sehr selten. Ich habe jetzt wieder angefangen, jetzt gerade auch zur Winterzeit mit dem Raspberry Vanilla. Also Himbeer Vanille. Wer den Test noch nicht kennt, einfach reinschauen. Ist eine sehr, sehr leckere Sorte. Für den Sommer mag ich eben den Peach oder den Lemon Honey oder eben Mago Passion Fruit. Das sind so meine Sommersorten. Aber dadurch, dass es jetzt halt vorbei ist mit dem Sommer, kommt es so ein bisschen in den Rückstau. Acai Hibiskus trinke ich ab und an mal gerne. Welcher mir nicht so mundet, wo ich nicht so wirklich viel mit anfangen kann, ist der Apple Green Tea. Das ist einfach nicht meiner. Und ansonsten ist die Eistee-Sparte eine richtig tolle, eine richtig leckere Sparte. Gibt ja noch viele, viele weitere Sornen, die man probieren kann. Es gibt ja noch Red Grapes, also rote Traube. Aber hier wollen wir uns erstmal jetzt um Blackberry kümmern. Und ich habe natürlich den Shaker wieder ins Kaffirfach gestellt. Und dass das Wasser dann schon angefrostet ist, dann einfach ein bisschen draufklopfen. Und dann hat man hier schönes Crushed-Eis drin. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das riecht. Ich kann mich da noch grob dran erinnern. Ja. Und wir haben da schon sehr, sehr eine brunberige Note. Man riecht auch die Teebasis. Das ist ja immer das Tolle. Hier ist Schwarztee drin. Das heißt also, wir haben auch Schwarztee-Extrakt drin. Ergotein. Also ganz Koffein-Schräg-Schräg-Teein-frei ist das Ganze nicht. Aber auch da wurden ja die Rezeptoren überarbeitet. Mittlerweile ist auch, glaube ich, der Typ Aschwaganda mit drin. Genau. Aschwaganda-Wurzel-Extrakt und Schwarztee-Extrakt ist eben drin. Und dementsprechend auch hier müsst ihr einfach austesten, wie viel ihr verträgt. Und was euch gut tut. Und von dem her die Farbe, die passt einfach. Also was klar ist, es ist die Schwarztee-Basis. Und ein Schwarztee hat halt einfach genau diese Farbe. Die Brombeere, wenn man die zerdrückt, ist sie auch sehr, sehr dunkel gehalten. Aber jeder kennt diese Brombeeren, wie dunkel die werden können, je reifer sie sind. Und wenn man da den Saft ausdrückt, der wird natürlich noch ein bisschen röder. Aber aufgrund der Tee-Basis ist das hier vollkommen legit. Und jetzt wollen wir probieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habe ich schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr getrunken. Holy Ice-Tea-Flavor Nummer 2, den es damals gab. Blackberry Black Tea. Ab dafür. Hm. Hm. Ja, und ich erinnere mich. Das war ein Flavor. Das war ein Flavor, den ich trinke, tagesbraumabhängig. Er ist gut. Er ist okay. Ist aber für mich wirklich kein Wow-Flavor. Ist für mich auch nicht wirklich so ein Überflieger. Sondern das war damals auch so, als die drei rauskamen. Acai, Hibiskus, das war so mein Flavor. Der ist süß. Der ist vollmundig vom Tee her. Aber was hier einfach tatsächlich für mich nicht ganz so toll ist, ist, dass der Tee deutlicher rüberkommt, wie im Endeffekt die Brumbese. Man schmeckt die Süße, keine Frage. Man hat die Süße, die kommt am Anfang wirklich vollmundig rüber. Man hat auch eine leichte Säure mit dabei. Aber im Nachgang, und das ist das, was mir dann immer nicht so behakt, weil ich halt auch kein Schwarztee mag, im Nachgang kommt dann der Schwarztee raus. Was völlig okay ist. Was völlig okay ist, nur mir persönlich. Er ist gut. Er ist okay. Aber ist in den Eistees bei mir, glaube ich, kein Top-5-Flavor. Und dadurch, dass wir noch nicht so viele Eisteesorten haben, wie Energy-Sorten zum Beispiel, ist es ein Mittelfeld bis das untere Drittel, würde ich jetzt mal behaupten. Aber Leute, die Brunnenbeere mögen, Leute, die vor allem Schwarztee auch mögen. Meine Oma zum Beispiel hat immer Schwarztee mit Milch getrunken. Da habe ich auch immer gedacht, boah, wie kann man nur, aber wie hat es geschmeckt, völlig okay. Und ich mag ihn. Ich finde es schade, dass er mir nicht schmeckt, weil ich finde das Design cool. Ich mag generell die Eisteesorten. Aber hier finde ich es einfach schade, dass ich nicht ganz so warm mit dem werde. Er ist wirklich lecker. Und jetzt im Moment, er schmeckt mir auch gerade gut, weil ich ihn halt schon ewig nicht mehr getrunken habe. Aber mir fehlt da einfach so ein bisschen die Fruchtpower bei diesem Eistee. Andere sagen, boah, genau das ist mein Ding. Ich kann es so süß, einfach so ein bisschen teemäßig. Das ist so ein natürlicher Eistee. Und da haben sie auch recht. Das ist vollkommen legitim. Denn er ist ein natürlicher Eistee-Flavor. Und man hat am Anfang die Brunnenbeere und hinterher dann eben das Teearoma. Mega. Völlig in Ordnung. Aber Geschmäcker sind verschieden. Bei mir ist er eher so mittelmäßig. Trotz alledem, ihr habt wieder jede Menge Ausführungen, wie ihr ihn bestellen könnt, wenn ihr ihn mögt. Es gibt die 1er Proben, wie immer. Es gibt auch die 10er Proben. Oder wenn ihr sagt, nein, Black Tea, mein absoluter Favorite oder super, super leckerer Flavor. Dann gönnt euch doch einfach die Tube. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann dürft ihr das gerne machen mit Bloody LP 10. Da spart ihr nämlich 10% auf eure Bestellung. Oder seid ihr Erstbestellerin, Erstbesteller? Dann nutzt doch gerne auch Bloody LP 5. Wenn ihr euch zum Beispiel nur die Tube gönnt, kostet er 39,99 Euro. Ergo unter 50 Euro. Ihr seid Erstbesteller, bekommt dann mit Bloody LP 5 trotzdem 5 Euro Rabatt und nicht nur 10%. Also da einfach ein bisschen rechnen. Und alles, was über 50% ist, ist natürlich mit Bloody LP 10 besser rabattiert als nur mit Bloody LP 5. Aber auch da wieder ein dickes, dickes Dankeschön für den ultra krassen Support. Ich bin einfach mega dankbar. Und ich weiß auch schon, den nächsten Test, den wir haben werden, das wird eine Hydration-Sorte sein. Und da werden wir uns die Pink Grapefruit anschauen. Es sei denn, es wird natürlich jetzt demnächst noch ein weiterer Flavor released. Die haben dann Vorrang, aber der nächste Test wird ansonsten Hydration-Pink Grapefruit sein. Und ich bin mir sicher, zur Black Week, da wird Holi auch wieder was raushauen. Die steht ja dann auch bald vor der Tür. Und ich persönlich freue mich da mega drauf. Und in diesem Sinne, sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Daumen nach oben. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Teilen unter Freunden, Verwandten, Bekannten. Einfach, ja, das Ganze ein bisschen größer machen. Vielen, vielen Dank für das fleißige Anschauen und auch die fleißigen Bestellungen. Dahingehend wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.